Liebe Mitbürger, am 14. Oktober wählen wir in Bayern einen neuen Landtag. Es ist eine Schicksalswahl, bei der es um sehr, sehr viel geht. Es geht um die Zukunft Bayerns. Es geht darum, dass Bayern Stabilitätsanker in Deutschland bleiben kann. Und das ist nur gewährleistet, wenn wir stabile Verhältnisse mit einer zukunftsgerichteten Regierung in Bayern haben unter Führung der CSU. Ich bitte Sie deswegen ganz, ganz herzlich um Ihre Stimme. Bitte stimmen Sie mit Ihrer Erststimme für unseren Wirtschaftsminister Franz Pschierer, der Ihr Erststimmenkandidat in der Region Kaufbeuren ist. Und ich persönlich als langjähriger Stadtrat in Kaufbeuren bitte Sie herzlich um Ihre Zweitstimme als Listenkandidat auf Platz 119. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel bewegt für unsere Region. Wir haben den B12-Ausbau auf den Weg gebracht. Wir haben ein großes, wunderbares Landwirtschaftszentrum vor wenigen Tagen neu eröffnen können in Kaufbeuren. Wir haben über 100 Arbeitsplätze im Wege der Behördenverlagerung nach Kaufbeuren gebracht. Ich glaube, das ist eine Bilanz, die sich insgesamt für unsere Stadt und für unsere Region sehen lassen kann. Wir werden in den nächsten Tagen auch noch Hausbesuche absolvieren. Wir werden kämpfen um jede Stimme. Ich hoffe, dass ich Sie persönlich auch antreffen kann, zu Hause oder an unseren Infoständen. Das ist unser neuer Werbeprospekt, den wir Ihnen gerne überreichen werden. Ich danke nochmals herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte stimmen Sie mit beiden Stimmen für die CSU. Vielen Dank.